Ende des Jahres erobert Aloy auch die Lego-Welt. In Lego Horizon Adventures schlüpst du in die Rolle der ikonischen Heldin aus Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Ob solo, im Online-Cube oder gemütlich auf der Couch mit einem Freund, du wirst zahlreiche Geheimnisse lüften und gegen beeindruckende Maschinenwesen kämpfen. Hallo und willkommen zurück auf PlayStation Info und Teilen und Abonnieren nicht vergessen. Der erste Trailer, der auf dem Sommergame fest präsentiert wurde, zeigt, wie Lego Horizon Adventures das packende Gameplay, die tiefgründige Geschichte und die beeindruckende Spielwelt von Horizon mit dem charmanten Humor und der kreativen Freiheit von Lego vereint. So kannst du zum Beispiel das Dorf Mutterherz mit neuen Dekorationen verschönern und einzigartige Lego-Gebäude und Ornamente freischalten. Lego Horizon Adventures wurde gemeinsam von Guerilla und Studio Gobo entwickelt und bietet eine verspielte und unbeschwerte Geschichte, die von den Ereignissen in der Welt von Horizon inspiriert wurde. In einer fernen Zukunft besteht das Land aus Lego-Steinen und unglaubliche dinosaurierähnliche Maschinen durchstreifen die Welt. Aloy, die Hauptheldin des Spiels, wird als Baby in einer Höhle gefunden und von einem ergrauten Jäger namens Rost großgezogen, der sie in die Leeren der Wildnis einweiht. Eines Tages bricht Aloy auf, um ihr wahres Schicksal zu erfahren. Unter der Führung eines tausend Jahre alten Hologramms einer Wissenschaftlerin namens Elisabeth muss Aloy sich Helis stellen, dem Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, die einem geheimnisvollen uralten Bösen gehorchen. Doch auf Aloy und ihre Freunde warten noch viele Abenteuer, die sie über die höchsten Berggipfel und in die verborgensten Brutstätten führen, alles wunderschön mit Lego-Elementen nachgebildet. Folge deinem eigenen Abenteuer oder teile den Spaß mit einem anderen Spieler im Couch- oder Online-Coop-Modus. Lego Horizon Adventures wurde für Zwei-Spieler-Action ohne geteilten Bildschirm entwickelt und bietet Familie und Freunden die Möglichkeit, durch kollaboratives Spielen Beziehungen zu vertiefen. Bleib dran für mehr Updates und freue dich auf das Erscheinen von Lego Horizon Adventures Ende 2024. Online-Coop-Modus erfordert eine Internetverbindung und ein aktives PlayStation-Plus-Abo.